Das ist scheiße auf den einen, nein, sollen die den retten. Obwohl das ist ja jetzt vielleicht auch schon abgelaufen. Wir müssen eh in die Zone, die läuft ja. Ich hab einen genockt. Der ist komplett tot. Ah, unten, unten sind wir jetzt hier. Noch einen genockt. Ja, wir sind genockt. Einer lebt aber noch von denen, glaube ich. Wollen wir die noch looten, oder? Hast du ihn? Ah, du hast ihn. Ich hab alle getötet. Ich bin über den bei Long, der wird viel schneller. Geh auch direkt rein, wenn ich jetzt in die Scheiße rumliere. Naja. Wir sind in den Spar, Leute. Ask a Mike.